So was geht ab Leute, Sokies und So. Willkommen zu keinem Kommentar, ja im Hintergrund, richtig geiles Gameplay, meine Freunde. Ja, ne Shot der Nuklear auf Nuketown, abschließt bestätigt auf der 360, es spielt, ja. Ähm, hab mit nem Kumpel noch zusammenspielt, das ist so ein 2 Minuten Ding, glaub ich, oder so. 110 Sekunden, glaub ich, war das insgesamt. Wir haben, pff, ich hab gegen einen Nachtjourner gespielt, der ist mein Freund nachgedjournt, mit dem ich gespielt hab. Und den hab ich halt dann weggefickt, weil er einfach nur ein Lappen war und ich weiß gar nicht, wie so er nachgedrängt ist. Aber er kann man nichts machen, man. Einfach Remington gespielt, mit langer Lauf und Laser, halt, beste Waffe für den Jukton, kann man sagen, man. Und ja, hab immer wieder gedacht, seit längerer Zeit kam kein Kommentar, weil ich einfach, keine Ahnung, ich hatte mir keinen Bock, mir ist nichts angefangen zum Labern und so, aber ich will euch ein bisschen hier meine Stimme hier auf dem Bahn oder wie man die Scheiße nennt, was labert der Typ wieder, Alter. Oder was hatte wieder geraucht, also, okay. Ne, Alter, einfach nur ein bisschen labern hier am Start. Ähm, ja. Ähm, jetzt, morgen oder übermorgen, kommt ihr die Zeiten von Peter, da könnt ihr euch freuen, für ein paar Videos zu kommen, wenn mir das Spiel richtig... Ich finde das Spiel eigentlich richtig geil, wenn mir gefällt es, so mega, man, ich finde es richtig neig, das Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es auch, weil ich werde ein paar Videos sicher bringen über das Spiel, weil ich werde es mir kaufen. Nächsten Monat kommt es dann raus, am vierten, glaube ich. Und ja, jetzt kommt ja die Beta raus, könnt ihr mal austesten, wenn ihr PC spielt oder die Xbox One, die PS3-Spieler und die 360-Spieler, gut, leider nicht testen, man. Ja, echt schade, aber ist ein Exklusiv-Titel für PC und ich so's vorhin. Es hat ein geiles Game, man springt so wie Halo um die Dächer, also bist du in so ein scheiß Roboter. Roboter, was lauf ich dich da, man. Sorry, Leute, man, wieder hier unprofessionell, aber ja, kann man nichts machen, ich mach das hier Freestyle-Kommentary-mäßig. Und jo, eigentlich, das war's, man, wenn es geht, denn noch ein bisschen geht, legen ein bisschen Musik hinterher. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch gefallen, abonnieren, kommentieren, favorisieren, nicht vergessen. Und jo, bis zum nächsten Mal, und geht's mich weiter und so zum Bullshit, man. Und jo, ciao, wenn. Und jo, ciao, ciao, ciao. Und jo, ciao, 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 ciao.